So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, direkt frisch aus dem Chill mit Ramses Stream am Montag, 20 bis 22 Uhr, in das C-Day, Community Day Info Video für den November. Wir haben jetzt den 16.10., der nächste C-Day ist angekündigt, es wurde ja an sich schon geleakt, dass es Felino sein wird. Jetzt haben wir die Bestätigung, es wird Felino sein, aber nicht nur Felino alleine, denn den gab es ja schon, den gab es auch schon als Shiny, glaube ich. Ja, gab es, ja, gab es nicht. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Doch, den müsste es eigentlich als Shiny gegeben haben und passend dazu, dass es nicht so langweilig ist für euch, dass wir das da gerade hier verrutschen, gibt es gleichzeitig dann auch Paldea Felino. Jetzt müsste ja dann das Paldea Felino, wenn das reinkommt und man das das erste Mal fangen kann, auch gleichzeitig mit Shiny Release drin sein, weil es ja eben zum C-Day eingeführt wird. Das finde ich natürlich dann wieder interessant und so ist das C-Day bestimmt trotzdem ganz chillig, auch wenn ich sage, Felino an sich, ja, ist ein Pokémon, verschicke ich aus Platzgründen jetzt beim Free-to-Play-Account. Und mir war der Praktibalk Community Day, der war mir wichtig, da wollte ich unbedingt ein gutes, ich wollte mal 1 auf 50 ziehen, ich wollte mir durchs Tauschen eine 6er Armee Praktibalk, beziehungsweise Meistergriff machen, den Celino C-Day, auch wenn da jetzt vielleicht das Paldea Felino neu drin ist und auch als Shiny, kann ich dann erstmal wieder gemütlich angehen. Brauche ich auch nicht so viel Platz im Beutel, brauche ich nicht so viel Bälle, wird auf jeden Fall chillig. Wann findet das Ganze jetzt also statt? Community Day im November 23, Felino und Paldea Felino am Sonntag, den 5. November, 14 bis 17 Uhr, es bleibt also Sonntag, die Zeit bleibt gleich und hier steht auch dabei, Wilde Felino und Paldea Felino erscheinen häufiger. Mit Glück könnt ihr sogar im schillernden Exemplar begegnen, wird also beides Shiny sein, finde ich gut, für einfach Shiny Jäger, ich weiß jetzt nicht, wie das Shiny an sich aussieht, denn beim Free-to-Play-Account habe ich auch das Problem, ich habe halt immer Platzmangel. Ich habe jetzt letztens von allen Shinies, die ich hatte, nur 6 Stück aufgehoben, den Rest habe ich weggeschmissen, weil es geht jetzt um nichts mehr, man macht einfach jetzt nur noch so und deswegen mal gucken, ob man das aufhebt. Aber ich glaube, Morlord ist jetzt ein Pokémon, das finde ich jetzt nicht so schön, ich glaube auch die Shiny-Variante wird er nicht viel retten und es ist eh ein C-Day-Pokémon, das ist also auch kein wertvolles Shiny dann, was man jetzt unbedingt aufheben muss. Man wird es erstmal fangen, man wird wieder gucken, wie viel kriegt man, was ist das Beste und so, man wird Spaß haben, man wird hier eine Stunde rausgehen, wird eine Stunde durch den englischen Garten laufen, wird streamen, dann Ausbeute-Video machen, das soll Tradition sein. Morlord, die während des Events entwickelt werden oder bis zu 5 Stunden danach, also bis 22 Uhr, erhalten die Attacke Nass-Schweif. Das ist vielleicht was für die GBL wieder, ich kann mir nicht denken, dass das irgendwie sinnvoll ist für Raids. Entwickelt die Paldea-Form von Felino während des Events oder bis zu 5 Stunden danach, damit euer Sylord die Ladeattacke viel Ende anlernt. Vielleicht ist Sylord, Suelord, wie auch immer, auch ein gutes GBL-Pokémon, also für mich war Meistergriff jetzt wieder mal ein Raid-Angreifer, deswegen fand ich den toll. GBL habe ich an sich nichts mit am Hut, das wird für die GBL-Leute sein, die werden sich da drauf konzentrieren, GBL-IV, alles mögliche hin und her. Hat auf jeden Fall viel Schaden, wie ich hier sehe, 110, Sylord, vielleicht cool, sieht aus wie ein platter, brauner Wal. Wie sieht er jetzt shiny aus? Weiß, grün, gelb, schwarz? Ich habe keine Ahnung. Ich freue mich trotzdem drauf, es wird wieder eine Spezialforschung geben, es gibt ein Ticket also wieder für einen US-Dollar, was ihr verschenken könnt. Ich selber werde es mir nicht kaufen, denn es ist ja ein Free-to-Play-Account. Wenn es jemand kauft und an mich verschenkt, dann kann ich nichts dagegen tun, dann habe ich ja die Forschung in meinem Account drin. Ich sage immer, kauft durch die Forschung, der eine Euro im Monat, der ist es auf jeden Fall wert, schon allein durch die Items, die IP, den Staub, den ihr da kriegt und die Begegnungen, schon direkt auch mit den Entwicklungen, lohnt sich das auf jeden Fall. So, Event-Boni, doppelte Fang-Bonbons, doppelt so hohe Chance auf XL-Bonbons ab Level 31, Rauch hält 3 Stunden, ein zusätzlicher Spezialtausch, das haben wir ja bei normalen Seedays jetzt immer. Also ihr habt ein und an dem Tag habt ihr dann zwei, eine halbierte Schlüpfdistanz wird hier angegeben, Lock-Module 3 Stunden, Schnappschüsse während des Seedays mit Begegnungen. Ich habe, glaube ich, beim Praktibalk Seedays nur einen einzigen Schnappschuss gemacht, weil ich die anderen alle vergessen habe, weil sowieso so viel los war auf der Map, haben wir immer wieder Lock-Module gezündet, mache ich ja sonst gar nicht mehr. Tauschen kostet auch 50% weniger Staub, also hier, was im Vordergrund steht, ist das Brüten beim Praktibalk, bei diesem starken, krassen Pokémon, wahnsinnig dreifach Sternstaub, den es gab, aber hier habt ihr wieder Eierbrüten. So, Bonus-Raid-Kämpfe gibt es, also nach Abschluss des Seedays, ab 17 Uhr, gibt es dann wieder Raids der Stufe 4, da gibt es ja einige Leute, die immer sagen, sie machen die, um zu gucken, ob sie die überhaupt schaffen, als Herausforderung. Ich habe da absolut kein Interesse dran, habe ja auch keine Raid-Pässe und nichts, würde ich auch dafür nicht ausgeben. Die drei Stunden spiele ich ja meistens auch nicht mehr, ich mache meistens nur noch eine Stunde-Challenge gegen Pupsi, wer kriegt das erste Shiny, wer kriegt die meisten und wer kriegt das letzte, das ist immer alles. Ansonsten erscheinen natürlich, wenn ihr diese Raids macht, für eine halbe Stunde, um die Arena rum, nochmal im Umkreis von 300 Metern, weitere Pokémon, weitere Feninos, die die gleiche Shiny-Rate haben, wie die, die ihr im Seeday fangt. Feldforschungen, es gibt Feldforschungen, wo ihr auch den Pokémon begegnen könnt oder Sternenstau bekommt oder Hyperbälle bekommt, es wird Pokestop-Showcases geben, das ist ja bei allen immer gleich. Dann gibt es Eventboxen, es gibt bestimmte Bundles im Webstore, es gibt bestimmte Sticker und das ist an sich schon alles, was man zum Seeday jetzt sagen kann, braucht oder muss. Was sagt ihr dazu? Freut ihr euch auf Felino? Habt ihr schon einen Felino? War das überhaupt schon als Shiny? Jetzt bin ich mir wieder doch unsicher. Meiner Meinung nach ist Felino schon im Spiel gewesen, mein Account ist ja weg, deswegen weiß ich es gerade nicht, sonst hätte ich nachgeguckt, dann hätte ich es gehabt. Ansonsten habt ihr wenigstens mit dem Paldea Felino ein neues Shiny, beziehungsweise zwei, weil das ja auch eine Entwicklung hat. Also es ist ein bisschen was Neues da, aber für mich jetzt nicht so nützlich, aber ich werde es trotzdem spielen, weil ich jeden Seeday spiele, eine Stunde mindestens und dann auch wieder mit Stream. Habt ihr Bock? Freut ihr euch? Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.